Ein königlicher Experte behauptet, dass der Glamour definitiv nachlässt für Prinz Harry und sein Leben in Amerika mit Meghan Markle. Es wird angenommen, dass Prinz Harrys neues Leben in den USA unangenehm wird, da der Glamour des Lebens in Kalifornien definitiv nachlässt, behauptet ein königlicher Autor. Der Herzog zog schließlich mit seiner Frau Meghan Markle nach Montecito, Kalifornien, nachdem er 2020 als arbeitendes Mitglied des Königshauses zurückgetreten war, und hat sich mit seinen beiden Kindern, Prinz Archie, 5, und Prinzessin Lilibet, 2, in einer 12 Millionen Pfund teuren Villa niedergelassen. Der königliche Experte und Autor Tom Quinn sagte dem Meera, Harrys anfängliche Freude über den Umzug nach Amerika schwinde. Er sagte, während seiner ersten sechs Monate in den Staaten fand Harry alles neu und aufregend, aber der Glamour lässt definitiv nach. Egal wie groß ihr Garten ist, und der Garten von Harry und Meghan in Montecito ist riesig, sie können nur so viel tun, wenn sie keine praktischen Fähigkeiten haben und immer Leute dafür bezahlt haben. Er fügte hinzu, dass Meghan zwar in ihrer natürlichen Umgebung sei, es für den Prinzen aber immer noch eine ungewohnte Welt sei. Harrys neues Leben ist jedoch auch auf ein Hindernis gestoßen, da die Heritage Foundation, eine Denkfabrik, eine Klage eingereicht hat. Dies geschah, während Prinz Harrys US-Visumantrag von einem Richter geprüft wird, nachdem er an seinen Memwarenspare seinen Drogenkonsum zugegeben hatte, was er angeblich ernsthaft bereut. Die Heritage Foundation hat eine Klage gegen Harry eingereicht, um festzustellen, ob er bei seinem Umzug nach Amerika in seinem Vollzeit-Visumantrag gelogen hat. Der königliche Experte sagte, Das Paar hat sich rechtlich beraten lassen, weil es ernsthaft besorgt ist, dass Harrys Visum widerrufen werden könnte, wenn Donald Trump die nächste Wahl gewinnt. Trump hat darauf bestanden, dass Harry aufgefordert werden könnte, das Land zu verlassen, wenn sich herausstellt, dass er in seinem Visumantrag über seinen zugegebenen Drogenkonsum gelogen hat. Er fügte hinzu, Harrys gesamter Lebensplan könnte in Gefahr sein, Harry dachte zunächst, dass ihm das unmöglich passieren könnte, da die normalen Regeln für einen königlichen Prinzen nicht gelten, aber ihm wird zunehmend klar, dass es in den Vereinigten Staaten nicht viel zählt, ein Prinz zu sein. Alle sagen dasselbe, als Prinzessin Beatrice ihre königliche Auszeit in Wimbledon beendet. Prinzessin Beatrice strahlte heute über das ganze Gesicht, als sie am 9. Tag des Wimbledon-Turniers in London auftrat, und alle königlichen Fans sprachen über ihr geblümtes Outfit. Die Prinzessin von York sah in einem bunten Hemdblüsenkleid mit Blumenmuster der philippinischen Designerin Monique Lillier, 2639 Pfund, umwerfend aus, dass sie mit Roger Viviers Hekelklatsch mit Broche Vivier Schneller auspasst, 1268 Pfund, kombinierte. Beatrice wurde von ihrem Ehemann Edoardo Mappelli Mozi begleitet, der in einem hellbraunen Anzug, den er mit einem hellblauen Hemd und einer burgundafarbenen Krawatte kombinierte, elegant aussah.